Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bann schwer zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber, aber, was wenn, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was, was hättest du dann gemacht? Ich freue mich.